Musik Hi, ich bin Drew Searich und ich singe für euch beim Café Siederbauer 2019 das Late-Night-Konzert. Musik Da trete ich mit Bernd Fröhlich und sein wunderbarer Bernd auf. Bruce Pfeiffer wird vorbeikommen und ein Lied aus Vivaldi singen. Und wir bringen euch Hits aus den 70ern, 80ern, 90ern und ein paar Lieder von ihm. Es wird ein Riesenfest und ich freue mich auf euch. Ich würde mich als Renaissance-Man beschreiben. Mein Beruf besteht aus Musik, Theater, Kunst, Krach. Ob es gesungen werden muss, getanzt werden muss, gemalt werden muss, ich bin dabei. Zurzeit spiele ich Leonard Bernstein's Wonderful Town, eine Volkshobe-Gümbel. Und zur Osterzeit spiele ich etwas ganz anderes. Da bin ich bei Jesus Christ Superstar im Rang und da. Ich freue mich und ich hoffe, ihr kommt nicht besuchen. Mein aktuelles Album heißt Hunting for Heaven. Manchmal haben wir alle Probleme, das Licht zu finden. Und manchmal findet man Rettung und eine Lösung. Ganz einfach, wenn man irgendwo tanzen geht. Und da sind wir beim Café Cinewalt vielleicht einen Schritt näher. Ich wünsche euch eine rauschende Weihnacht. Wir sehen uns beim Late Night Konzert. Viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.